Okay, machen wir es halt bereit für ein Meme. Freunde, was geht ab? Hier Make it Meme mit Yannick und Tommi. Hallöchen. Hallo. Hallo. So. Was geht ab? Ich habe mir geschworen, nicht dauernd Tommi und Yannick memes. Ach verdammt. Also ich persönlich, ne? Machen wir, was ihr wollt. Das ist euch frei. Es steht nichts im Skript. Ich gucke mal kurz nach. Im Skript. Also ich soll das jetzt aus dem Skript glaschen. Ne, einfach ignorieren. Das steht doch einfach hier. Lass mich gewinnen. Macht ihr eh nicht, ihr Säcke? Ja. Ich kenne euch. Einfach, einfach, macht Ballert. Meme ist Krecke geworden. Wissen wir. Die Zeit ist um. Toast. Mach die Musik wieder aus. Na, aber mal gucken. Dieses Meme Rider mit seinen Millionen auf dem Konto. The future is now it, man. Das ist schon so gut, der ist der alten Mann. Also was ist schon am Anfang. Du bist der älteste von uns. Hast du spät gelesen, oder was? Tommy, Zombie. Not yet, Ferf. Ich habe eine Hand. Ich habe auch eine Meme gegeben. Cool, nix. Auch gut. Toast Meme. Ja. Zeig mir, wer da ist. Das ist ja kreativ. Ich habe auch eine Meme gegeben. Das ist gut. Aber nix. Ja, aber weil. Wow, ihr Unsinn. Ich habe ein Meme gegeben. Ich habe kein Downvote. Wow, Tommy, Alter. Ich habe auch ein Meme gegeben. Ja. Ach, wirklich. Nice. Chatter ist der Troll vom Phineas und Schöp-Meme. The future is now, man. Na, da muss man was machen, theoretisch. Und warten. Ich möchte mal da Spaß ran. Tatsächlich ja. Das ist nicht so schade, dass die erste Meme-Folge nicht geschafft wurde. Oh, scheiß gander Fehler. Da waren wirklich Chakusei-Memes dabei. Ja, der war. Okay, man hätte auch Yannick mit Tommy austauschen können. Nee. Oh, du musst doch gerade schalten, wie er hat er in den Augen. Tommy, der immer irgendwie an Tommy warten muss. Eine Lüge ist ja andersherum. Ich muss immer auf dich warten. Eine Lüge. Ich werde immer auf die Püsten nach Hause kommen, bis du wohnt dran. Nein. Gleich jetzt ein Discord. Ja, weil du arbeitslos bist, Alter. Ja, ich bin doch krank. Ich bin doch krank. Ich bin doch krank mit den ganzen Füßchen. Ja, die Duschen-Zombie. Wird sie mir verdient. Mein Gott, der kann doch mit dem Shitchen schreiben. Das triggert mich so. Das ist ein Mäh. Das hat sich... Das mache ich extra. Der Mäh kann ich so Mäh. Du hättest nicht sagen müssen, dass sich das triggert. Jetzt achten wir drauf. Nice. Null Punkte. Dankeschön für euch. Ich gucke mal, Tommy hat von mir in meinem Meme-Buddy zehn Stück bekommen. Okay, ich merke ich mir, Tommy. Tommy, T-O-M-I. Ich muss Musik machen. Das wird langweilig. Nächste Runde. Freunde, let's go. Okay, keine Lust. Wann noch nie? Astla, da muss ich nicht mal lange überlegen. Wie ein Master of Disaster spell. In ganz Deutschland und drumherum. Ja, halt. Die Person besser, besser denn. Ja, Meme abdenken. Wir schaffen das, Freunde. Bin mal gespannt, was wir da rausballern. Diesmal keinen, weil der Meme macht. Wird stolz auf mich. Nice. Okay, wenn er nicht mit Rhyder auf der PServer ist. I'm in danger. Kriegt'n Upload. Sorry, wenn ich das sage, aber es kriegt'n Upload. Ah, schön. War deins, ne? Ja. Tommy, die anderen treten weh, buddy. Das zeig ich später in Tommy. Das muss ich speikern, oder? Auch wenn ich es in der Folge gesagt habe. Das muss ich nachher Diego schicken. Ich schicke vielleicht auch Diego. Ist mir egal. Nee, ich krieg'n Upload. Mir ist mir egal. Ich lache trotzdem. Ah, wie schön. Jawoll. I'm in danger. Ja, okay. Du hast einen Upload gemacht. Ich hab einen Upload gemacht. Ich hab einen Upload gemacht. Sehr schön. Ist in Ordnung. Ich hab bei Rhyder einen Upload gemacht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich muss nicht gewinnen. Ich will nur die scheiß Memes haben. Ich bin zuerst. Die drücke ich dann auf T-Shirts und verkaufe die. Ja, das ist irgendwie mit dem Künstler, okay. Na? Ja, die anderen Memes, Memes kacke. Äh. Nein. Nein. Auch nicht. Das können wir uns so viel bauen, aber mir fällt gerade nichts ein. Nein. 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 Egal, mir egal, ich wusste jetzt auch nichts. Hauptsache raus damit. Hauptsache raus damit. Ja, Mann. Mems auch noch. Mems. Stopp Ausrufezeichen S. Mems. Ja, Mann. Japs. Ja. Wir kommen bei der Runde, make it, Mems. Feier ich. Echt? Ja, leider ja. Ist okay. Wow, keine Rührung oder was? Aha. Aha. Ja, muss das, äh, ein Real Life Commander nicht drauf. Nein, Rocket League. Ja, ich kann Rocket League doch nicht schreiben. Ja, weiter. Mit 20 Punkten. Nur weil ich den Scheiß für den Baden-Buddy-VM habe, was sind 20 Punkte und sie haben ja 10. Du musst mal. Nein, ich nehme es, danke, direkt damit. Da ist auch Kacki-Jek. Nein. Gibt mir einen Gip. Ich will die Ego-Fronten hin. Jetzt fällt mir kein Leben mehr dran. Nein. Ah, mein Meisterwerk ist eingereicht. Wir warten auf die anderen. Ah, tschüss. Richtig sweaty lachen. Ich will nicht erst mal weiter trainiert. Ja, ich komme scheiß auf. Ich gehe jetzt voll auf die Ego-Lohren. Aber schuld. Die Aussage, ich gehe jetzt voll auf die Ego-Lohren. Ich bin immer schuld. Ich habe dir nichts getan. Doch. Okay. Wurde ein Herr von Köln. Ich gehe jetzt voll auf die Ego-Lohren. Fertig. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich bin richtig Mühe. Ja, wahrscheinlich mit dem Kopf auf die Passe-Lohren-Tour gehauen. Ja, cooles Meme auf jeden Fall. Danke. Ich habe wenigstens Zeit. Deswegen, ja. Also, ja, Tommy und Janik bei Make Your Meme. Oder so ein Blattkopf da, worauf die Tatsatour haut und auf sein Bildschirm zeigt. Perfekt. Meme-Tisch geschrieben. Gutes auf Diro den Hummel. Ah, nicht. Scheiß nicht. Alles klar. Eigentlich nicht. Damit hat Tommy auch seine letzten 10 Punkte verloren. Oh, ich kriege schon Halsschmerz. Mein Gift wird vorbereitet. Das downlode ich mir erstmal. Tschakka. Oh, ich habe nachher sehr viele Sachen, die zu geben. Deswegen geht die Konjunktur. Jetzt wird die Eumann aus den Punkten. Jawohl. Ich merke schon, die haben jetzt schon wieder aufgegeben. Hallo, Tommy nimmst du noch? Oh, mein Hals. Ja. Ich gehe jetzt voll auf Diro den Win. Glitching Patrick oder lagging Patrick. Nein. Das wird Minuspunkte wahrscheinlich geben, aber das ist in Ordnung. Mir auch. Alter, das ist laut. Ich kenne schon Filme einen Bausch. Aber ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Oh, jetzt mal was trinken, Alter. Ich habe langsam schon Halsschmerzen. Ich habe nichts getrinkt, okay. Aber das ist belastend, ne? Ja. Egal. Es wird mich nirven, wenn ich du wärm. Nee, gut, dann bin ich. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich habe alle aufs Termin warten. Ich werde wahrscheinlich dann fast tun. Ich habe immer einfach so. Ja. Ich sag doch. Ich sag doch, diese Runde. Die Runde ist geschenkt. Da nehme ich auch gerne die 1000 Minuspunkte. Ist mir egal. Für die Wahrheit brauche ich keine Punkte. Er ist Nick. Nick X. Ich bin ich. Hey, yo, ich bin Ryder. Hey, yo, ich werde von Ryder mit einer Arcade in den Kopf geschossen. Das ist von der Nick. Hm? Ich finde es gut, dass Tommy denkt, er wäre anhand schwarzen Eier. Hey, du alter Lackaffe. Wow, hier ist Johnny. Ich wusste nicht, wie man Johnny schreibt mehr. Es gibt so viele 3 Millionen Spreitarten. Hier ist Yannick. Mein Meme wäre es sein müssen, Yannick hat aufgegeben bei dem Meme. Wieso ich? Ich rede ja noch. Wow. Ja, Mann. Ich habe nicht Meme-Buddy-Punkte minus 540. Wie geht das? Weil ich habe Meme-Buddy-Punkte bekommen und du hast mir den Meme-Buddy gegeben. Das heißt, du hast die Hälfte meiner Meme-Buddy-Punkte mitbekommen. Ach, krieg mich weiter. Ihr kann nichts. Weil ihr mich downvoted. Ich habe Mac gegeben. Ja, das ist ein Download, mein Freund. Wow. Krieg dich, Tommy. Nee, was ist das denn? Nein. Ah, noch was zu Meme-Buddy. Nein. Aber ich kann schon noch fronten, ey. Ah. Ja, auch wieder am Ende verkagg ich es. Ich merke das schon. Am Anfang das ganze Pulver verschossen und danach denkst du so, äh, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, gar. Warte, hier kann ich schon da einen Scheiß drauf. Alles schrecklich. Ja. Wie geil. Freundlich Snuff. Gehst du jetzt aus Snuff? Ja. Geil. Snuff beim Ersatzteile besetzen. Einsatzstelle. Einsatzstelle. Mein Gott, ne, ist das schick. Nein. Doch. Okay. Das hätte ich abholt. Der Dono wegen Loki. Ich find's lustig. Weil ich nicht getroffen bin, Kollege. Ah, schön. Der darf wegen dir. Ja. Tommy klebt mal wieder an Ryder und Ryder hat gar keinen Bock. Hui. Riege ich das Auto? Nein. Ach, maaann. Ich find's cool, dass du deine Rolle als Klebeband-Blud wahrnimmst, Alter. Hm. Ah, schön. Ja. Ich hab' ich beschluckt, die sagt natürlich schon mit den Wienerspunkten. Ich wusste es aber mehr. Ich entschuldige mich, wie gesagt, nochmal für den Ton. Ich hab' keine Ahnung. Ich hab' Überspannung in Yannicks Kopf oder so. Was? Das ist Kammiskopf. Nee. Doch, er schickt dir das rüber jedes Mal. Ja, du klingst aber sowas, als ob du einen Grabio-Empfänger benutzt. Ja, dankeschön. Gar kein Problem. Ich hab's kein GIF hier. Ah ja, doch. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Schreibfehler reingebaut hab. Es ist in Ordnung. Wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Let's go. Angriff. Die Musik geht mir so lange noch mal auf den Sack, ne? Deswegen mach' ich sie ganz, ganz leise. Ganz leise. Ja, ist klar. Nein, ich bin nicht fertig geschrieben. Mann. Zehn Millionen direkt, aber zehn Jahre weniger Leben. Ein Euro die Sekunde verdienen. Und deine Freunde bekommen 33 Cent, oder was muss ich schreiben? Nein, 33 Prozent. Da ist Tommy. Did you just take both pills? Hast du gerade beide Pillen genommen? Ja, du Arschloch. Ja. I love it. Kein Plan, äh, kein Plan, kann kein Englisch, weiß ich, was da steht. Ich komm' von Tommy. Du hast eigentlich kein Englisch kann. Ja, Mann. Ich hab' bei Tommy Meme-Buddy gegeben, aber gedown-vontet. Also hab' ich mir 495 Punkte. Ja. Das war aber tatsächlich mit Absicht. Aha. Did you just take both pills? Ja. Nee. Nee. CGI. Nee. 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 Easy. 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 Was soll ich denn machen? Also nicht lustig sein wäre gut. Lustig sein ist immer so ne Sache. Das kann ja auch nicht. Mann. Tommi sagt wahrscheinlich schon, du fühlst dich 8 Minuten lang nix mehr. Ja. So ein komischer. Fisch. Diego, großartige Idee. Test. Vertakt. Alleine weil's Diego ist, das lade ich mir auch unter. Das sende ich ihn nachher alles, ne? Ja, scheiße. Ja, der antwortet eh nicht. Tommy's Memes, Spider und Tommy's Memes. Hehehe. Zombie. Hehehe. Zombie. Da stand Zombie. Hehehe. Wie geil. Hehehe. Nie wie ist'n Abbot. Wollen wir nicht lustig wasch-tumpinchen? Hehehehehe. Heheheh. In den Kommentar. Jetzt war ich lustig wasch-tumpinchen. Ja. Hehehe. Hehehe. bloß... noch. Ah, schön. Hätte wenigstens noch die ganzen Punkte abgesneakt, Digga. Letzte Runde, jetzt muss es Brüller sein. Come on, let's go. Letzte Runde, meine Damen und Herren! Let's get ready to rumble! Ah, nein. Ah, mein Gott. Auch nicht. Das ist übrigens das Meme. Ich will euch... Willst du auch muss kippen? Ja, aber ich mach jetzt mal ein Meme aus der ersten Folge, die mir online gehen kann. Ich will das auch nicht gucken. Scheiß, wer kommt letztes? Passt. Recycling, meine Freunde. Wichtig für die Erde und wichtig für dieses Video. Oh, Junge. Ich hab mich grad ein bisschen gefühlt wie Roman. Oder Arasul. Das war sehr merkwürdig. Uah, nicht noch mal. Egal. Ja, voll. Die kannst du dir noch ein Meme schicken. Ne, da freut sich ja nicht über Geld. Das ist es ja. Parcours, da war kein Parcours drin. Warum war das denn? Der Schreiben kann ja auch Sport. Oh Gott. Rider Style, wenn er zu viel macht im Local-Beton. Digga. Ich hab schon so... Das download ich mir. Zack, tschakka, Freunde. Könntest du das Meme noch von gestern oder so? Ja. Ja. Gebt ein download, Alter. Wenn du mir auf ein doppelte Mob bezählt nicht. Egal. Das ist eines nicht offiziell gewesen. Ich hab's aber. Stimmt, du hast es downgeloadet, ne? Ja. Egal. So, tschakka. Trotzdem 5 oder 5 Punkte. Rider Style, wenn der wieder zu viel macht im GTA Roleplay bekommt. Zumindest, ihr gebt mir ja die Macht. Ich bitte ja nicht darum. Mir ist ja scheißegal. Ihr gebt mir ja die Macht. Du lösest, ihr macht den erst mal. Mit ein paar Millionen Konto. Kann ich ja nicht. Du kaufst uns einfach. Ich hab euch noch nie. Natürlich hab ich gewonnen. Gar kein Problem. Und off. Guck mal wer jetzt der dritte Platz ist. Easy einfach. Einfach easy, Zombie. Einfach easy gewonnen. Ja, du hast einfach nur download gemacht. Das war's. Und mit diesen Worten. Nicht nur download doch. Nein, ich hab immer Mee gemacht bei deinen. Wow. Das ist unkreativ. Freunde, haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.